Oh, Krafter.de Oh, oh Jo, von Herzlich Willkommen auf dem Kanal AP Alente Und ihr seid hier zu einer neuen Folge von Skywars auf dem Server Krafter.de Und wir gehen sofort in die neue Runde Kaufe ich ein Kit? Kaufe ich keinen Kit? Ah, komm wir kaufen keinen Kit Und welche Map ist das? Oh, das ist eine kleine Map, das ist schön Oh, das ist eine sehr kleine Map Eine kleine schöne Map und Okay, ich habe keine Minecraft-Sounds, ich weiß nicht warum Ehm So, und jetzt sind die Sounds noch schon wieder da Ich habe kurz eine kleine Einstellung gemacht Ja, jetzt kommen zu Skywars Hier Und wie viele Punkte haben wir denn jetzt Ich schreibe jetzt mal Good Luck Wir haben immer noch 82 Punkte Das Problem ist, ich spiele halt privat ziemlich viel Skywars Und darum stimmt das mit den Row 2000 Points nicht ganz überein Trotzdem ist es halt immer noch unser Ziel Boah, das wird sich richtig seltsam an Mit den alten Kopfhörern Äh, so Wir cornern uns Sofort in die Mitte Ja und erstmal ein riesiges Dankeschön Für den ganzen Äh, Support von euch Auf Twitter, auf Youtube Eigentlich überall, das ist hammer nice Was ihr zur Zeit da auf die Beine stellt Und Auch zu dem neuen Video, zu meinem 1250 Abospecial Wo ihr ein OptiFi Cape gewinnen könnt Schaut auf jeden Fall mal vorbei Äh, gleich mal so Werbung gemacht am Rande Äh, auf jeden Fall danke für den ganzen Support Das ist mega nice von euch Und so So, wir haben jetzt wieder 24 Blöcke Sind damit die ersten in der Mitte Würde ich behaupten Und Probiert es noch, okay Und Jo Okay, wir haben jetzt mal gucken Gut, TNT noch ein bisschen was Oh, nice Na, keine, auch keine Gefahr Ja, Mann, Alter, als ob, Junge Das ist eine Ausrüstung hier Kinder, Kinder, Kinder Hammer nice auf jeden Fall Okay, das haben wir schon Dann noch die Dia-Helm Den Rest werfen wir einfach erstmal runter Damit sich kein anderer ausrüstet So, nehmen wir mal das So, nehmen wir mal das Und Leute, Schockgüsel Sag ich dazu So, nur Als ob wir haben fast Full Dia Das ist heftig Ich finde, jetzt kommt vielleicht wieder jemand mit Äh, ich hatte schon mal Full Dia Protection 500.000 Auf der Map Du bist so schlecht Find ich Find ich Wie viel Leute So was kommentieren Mit nach dem Motto Ja, ich hab 1000 Punkte an einem Tag Mag zwar sein Aber Ihr seid ja auch nicht ich Wenn ihr versteht, was ich meine Ja, der wird jetzt Darunter geschutet So, what have I done with her Oh Der macht den ganzen Kram mit Wasser Würde ich sagen Ich hol mich jetzt hier hoch Denn er könnte mich theoretisch Ja, nur von hinten runter holen Und Das will ich nicht Jetzt kann ich hier angeln Der der hinten saved Ah, das war eine Kiste auf dem Dach Die wird sich gegrabt Oh Yo 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 Das ist cool So Nicht cool Wir haben ihn einfach mit dem Bogen gekillt Das ist auch cool So was Kann man mal machen Ich finde jetzt kommt der andere Von der anderen Seite Aber das wird doch eine kurze Folge Weil Leute Wir räumen hier auf Wisser Der macht einen auf Ich bin sicher So Was hatte der ja noch Schönes dabei Ah, no crap Setzen wir mal Lava hin Jetzt geht es eigentlich nur noch darum Den anderen zu holen Das soll ja kein Problem sein Der hat keine Dia Rüstung Das ist nur sein Skin Sieht zumindest so aus Okay Gut Packt der Server So wie viele Pfeiler haben wir noch Wir haben keine Pfeiler Ich könnte mal hier seine Dia Sachen entgegenwerfen Ob man die nicht kriegen wird Just for the trolls So Mal müssen wir leer machen Das Inventar Ah Er hat sich ausgelockt Top Wie lange haben wir jetzt Sieben Minuten Das könnte man doch schon als kleine Folge nehmen Ich hoffe sie hat euch gefallen Es geht ja eigentlich schon darum Dass wir ein bisschen Punkte kriegen Wir haben jetzt Mal gucken 98 Punkte Das geht doch locker Damit haben wir schon fast die 100 Die hatte ich übrigens schon am Wochenende Aber ich habe mir halt wieder Kids gekauft Damit das nicht zu krass unfair ist Und dann würde ich sagen Wenn euch die Folge gefallen hat Dann würde ich mich richtig über eine Bewertung freuen Guckt auf jeden Fall bei meinen anderen Videos vorbei Zum Beispiel bei meinem 250 Abonnenten Special Mit einem kleinen Gewinnspiel Ihr könnt ein Optifangrape gewinnen Ist das nicht toll was Und Jo Dann würde ich sagen Wir sehen uns im nächsten Video Ich würde euch richtig über eine Bewertung und ein Abo freuen Und dann Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss